Musik Beachfeeling, Cocktail schlürfen und den Abend chillig ausklingen lassen. Der Tel Aviv Beach am Wiener Donaukanal ist auch heuer wieder der Sommer-Hotspot in der City. Und tanzen ist hier nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Denn Tanzikone und Arthur Murray Dance Director Bibi Jung veranstaltet ab sofort regelmäßige Tanzevents. Mein Name ist Bibi Jung, ich bin Profitänzerin, Trainerin und Wertungsrichterin Dance Director Europe von Arthur Murray, der größten Tanzschule der Welt. Und ich freue mich, dass ich hier heute dabei sitze. Wir sind bei GoTV, be part of it. Manche Ideen sind einfach so gut, dass man sie umsetzen muss. Die passionierte Tänzerin Bibi Jung macht den trendigen Tel Aviv-City Strand zum wohl außergewöhnlichsten Tanzpaket Österreichs. Wir werden das auf der Webseite immer auf Facebook sozusagen promoten, also Facebook-Fan werden. Dann gibt es einfach nach der Arbeit hier ein bisschen zum Auschillen, Tanzbewegungen. Es ist das Core Rhythm-Programm, das wir im Speziellen vorhaben hier zu machen. Da kann also jeder alleine mittanzen, aber auch Spezialtanz West Coast Swing, also ein paar Highlights des heurigen Jahres herausnehmen. Man braucht keinen Partner, das ist immer wichtig und kann natürlich bis zur Bikini-Figur hin trainieren. Neben Bibi Jung werden natürlich auch andere Arthur Murray-Profitanz am Tel Aviv-Beach für coole Moves sorgen. Denn Tanz mit Profis, so lautet ja auch das Motto der weltweit größten Tanzschule. Tanz mit Profis ist unser spezielles Konzept, wo wir mit Profis gemeinsam ein spezielles Programm auszuarbeiten. Der eine will ein Fitnessprogramm oder will fitter werden beim Tanzen, der andere will Ästhetik, Styling haben im Tanzen. Der dritte will eine tolle Show machen oder zu einem Tanz-Event. Und so können wir eben ein ganz spezielles Programm für jede einzelne Person oder für auch ein paar anbieten, um auf etwas Besonderes hinzuarbeiten. Also, gute Musik, lässige Leute, ein kühler Drink und ein bisschen Workout. Bibi Jung at Tel Aviv Beach klingt doch nach einer absolut runden Sache. Wir bieten es an von Mitte Juni bis Mitte September. Ein bisschen vom Wetter hängt es natürlich ab. Aber wir werden das immer dann kurz vorher auch ins Netz stellen, wenn wir da sind und solche Tanz-Workouts und Chor-Rhythm-Einheiten anbieten. Mehr Infos zu Bibi Jung und allen anderen Arthur Murray-Tanz-Events findest du auch unter www.bibi-jung.at. GoTV, be part of it. 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 Untertitelung des ZDF, 2020